Auf zum Abenteuerurlaub im Unimog Museum Gaggenau. Hier bekommen Besucher ein Gefühl davon, wie es ist, mit dem Allrad getriebenen Fahrzeug in die weite Welt zu reisen. Viele Fernweh-Touristen haben es oft selbst umgerüstet. Mit Wohnmobilaufbau. Unikate mit Überraschungseffekt. Weltenbummlern mangelt es hier an fast nichts. Küche und Toilette für die Selbstversorger auf großer Fahrt. Fehlt nur noch die Heizung. Ich hab da Vorrichtung, dass ich heizen kann. Aber das Einfachste ist halt, wenn man eine hübsche Frau mitnimmt, dass man sich dann einander gewärmt. Der Unimog als Campmobil in traumhaften Landschaften. Abseits der normalen Straßen versteht sich. Dort, wo sonst niemand hinkommt. Manchmal sind im Museum auch die Fahrzeugbesitzer selbst anwesend und schildern den Besuchern ihre Reiseeindrücke. Ja, mit so einem Fahrzeug unterwegs zu sein, gibt ein Gefühl von Freiheit. Ich kann mit dem Fahrzeug dorthin, wo alle anderen nicht hinkommen. Deswegen haben wir einen Unimog gewählt. Der Unimog als Weltenbummler. Lebe deinen Traum. Unsere Checkliste. Die Ausstellung ist besonders für Familien geeignet. Das Museum ist behindertengerecht. Parkplätze sind genügend vorhanden. Die Schau im Gaggenauer Unimog-Museum dauert noch bis Anfang Oktober. Nähere Informationen gibt es unter 07225 98 1310. Zahlen. Das Museum ist gesificial. Vielen Dank.